Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim TeleStammtisch. Eurem Audio-Podcast für Filmbesprechungen, Serienbesprechungen und einfach generell nette Sachen. Ja, wir wollen einfach busy beisammen sein und mit euch über Dinge sprechen und im Regelfall sprechen wir halt einfach über Filme. Wir beginnen diesmal mit der Besprechung des Films Wolf Walkers, der aktuell bei Apple TV Plus aufschlägt. Der soll richtig, richtig gut sein. Ist ein Animationsfilm, den sich in dem Fall Lieder, Lasse und Frosty gegeben haben. Hier gibt es einen Triple auf die Ohren, viel Spaß dabei. Es folgt die Besprechung zum Film I'm Your Woman, der wiederum ist jetzt aktuell bei Amazon Prime Video am Start. Und auch der wollte von uns besprochen werden. Das haben wir gemacht, Mo, Marco und Nixens gewesen, die sich diesem Film gewidmet haben. Ein Film, den man sich durchaus mal angucken kann, der vielleicht nicht perfekt ist, aber auf jeden Fall interessant. Und zu guter Letzt dann noch die Besprechung des Films Wir können nicht anders. Das ist ein aktueller Netflix-Film, eine deutsche Produktion und hier waren es Mo und Stu, die zusammen einen Blick riskiert haben und ja, diesen Film einfach besprochen haben. Der ist ganz aktuell bereits für alle da draußen bei Netflix freigeschaltet und vielleicht wollt ihr den ja auch sehen und euch vorher eine Meinung darüber bilden, ob es die Zeit wert ist. Leute, viel Spaß dabei, bis zum nächsten Mal, ciao. Ein fröhliches Ahu und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch. Wir sind heute zu dritt und besprechen den Film Wolfwalkers. Wer sind wir? Hier sind der Lasse und die, na? Frost-Kaktus. Oh, jetzt machen wir es gleichzeitig. Willst du nochmal, Lida? Also Lida ist hier auch noch dabei. Wunderbar. Ja, ganz genau. Und wir reden über den neuen Film von Tom Moore in Co-Regie mit Ross Stewart. Wir haben diesen Film im Vorfeld per Streaming sehen können. Er kommt offiziell, glaube ich, am 13. Dezember allgemein auf Apple TV Plus raus. Ich hoffe aber auch auf DVD. Worum geht's denn? Sagt das doch mal eine von euch. Also der Film spielt im Irland des 17. Jahrhunderts, wo die junge Jägertochter Robin Goodfellow gerade mit ihrem Vater hingezogen ist. Ihr Vater arbeitet als Jäger für den sehr Oliver Cromwell-leiten Lord Protector des Handlungsschauplatzes Kilkenny. Und die Tochter möchte nichts lieber machen, als auch mal eine große Jägerin werden und streunt dann im Wald rum. Da schließt sie durch einige spannende Ereignisse Freundschaft mit einem seltsamen Mädchen namens Mep, das zu einer Art Mensch-Wolfs-Mystischen Rasse gehört, nämlich den sogenannten titelgebenden Wolfwalkers. Die können sich nicht nur in Wölfe verwandeln, sondern haben auch heilende Fähigkeiten. Aber der Lord Protector will die Wölfe aus dem Wald raushaben. Die sollen alle ausgemerzt werden. Und gerade mit dieser Aufgabe ist nun Robins Vater, wie ihr ja wisst, beauftragt. Und das bringt sie in einen schweren Konflikt. Das hast du wundervoll großartig zusammengefasst. Ja, ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber ich bin allgemein ein sehr großer Fan von den Filmen von Tom Moore. Er hat einige Filme dieser Art schon gemacht, zum Beispiel das Geheimnis von Kelz und die Melodie des Meeres, welche ich beide sehr, sehr gut finde. Und hier ist zum ersten Mal halt Ross Diot als Regisseur dabei, welcher im Art Department vorher beteiligt war bei den anderen Filmen von Cartoon Saloon. Und das Studio ist tatsächlich ansässig im irländischen Kilkenny. Und dass diese Handlung hier spielt, ist dann eben ein sehr, sehr schöner Touch. Was er allgemein macht, ist eben irische Folklore in seine Filme einzuarbeiten. Und das hier ist, ja, absolut keine Ausnahme, dadurch, dass es direkt dort spielt und zu einer ganz besonderen Zeit, wo halt wirklich die Briten Irland unterwerfen und erobern wollten auf diese Art. Und hier wird das eben auch rübergebracht. Tja, wie, habt ihr vorher schon mal Filme gesehen von Tom Moore, von dem Studio Cartoon Saloon? Absolut, natürlich auch The Secret of Kelz und Song of the Sea. Ich bin ein sehr großer Fan, nicht nur von den Werken von Cartoon Saloon, sondern auch von Nora Tormey, die eben bei Song of the Sea zum Beispiel auch mitgewirkt hat im Hintergrund und Co-Regie geführt hat bei Secret of Kelz und den tollen Film The Breadwinner gemacht hat. Dieser Wolfwalkers Film, genau, The Breadwinner, der war in Afghanistan, aber The Wolfwalker, Secret of Kelz und Song of the Sea formen ja laut Regisseur auch eine Art keltische Trilogie-Lose, die sich auf diese Mythen stützt. Und wie tief dieser Film da in die englische Folklore und die irische eingreift, sieht man ja auch schon an den Namen. Der Hauptfigur Robin Goodfellow. Spätestens, wenn wir diesen Namen hören, wissen wir, dass diese kleine Figur wesentlich magischer ist, als ihr am Anfang bewusst ist. Denn der Name Robin Goodfellow wirkt natürlich sofort eine bestimmte Assoziation, nämlich... Goodfellow, ich weiß nicht, in dem so allgemein so halt guter Mensch in dem Sinne. Shakespeare, Puck im Sommernachtstraum, heißt Robin Goodfellow. Und Puck ist natürlich der magischste aller Charaktere und der heimliche Hauptcharakter des Sommernachtstraums. Und dann wissen wir schon, dass nicht nur Mab, die zufällig den Namen einer der berühmtesten mythischen irischen Figuren hat, nämlich Wolfqueen Mab, eine magische Figur, sondern dass auch Robin, die sich am Anfang dessen noch nicht bewusst ist, bestimmte magische Aspekte hat, die sie im Film erst entdecken muss. Ja, ganz genau. Wie ist es mit dir, Frostkaktus? Hast du schon Filme von Tumur vorher gesehen? Äh, nee, da habe ich eine tatsächliche Wissenslücke leider. Das ist wirklich kein Problem. Kann man ja jederzeit nachholen. Weil wenigstens gibt es hier zwei große Fans, die mit dem allen schon bekannt sind. Und ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Und ich möchte das direkt jetzt hier so raushauen. Und ich weiß, es wird ein großes Statement. Das ist bisher der beste Film, den ich 2020 gesehen habe. Es ist für mich vielleicht nicht der beste. Da müsste ich dann nochmal die gesamte Filmliste inklusive Berlinale und Festivalprogrammen, am Anfang des Jahres war das ja noch möglich, durchchecken, um zu sagen, welches der beste ist. Aber sicher einer der besten. Und auch ein sowohl Animation als auch Inhalt gleichartig großartiger Film. Er ist sehr subtil, arbeitet viel mit Metaphern. Du hast schon diesen Konflikt Irland-England angesprochen. Und das merken wir natürlich eindeutig, dass die Wölfe im Film zum einen natürlich für die unberührte Natur stehen, die geschützt werden muss und ein wichtiger Aspekt unseres menschlichen Lebens ist. Wir sind Teil der Natur und können nicht existieren ohne sie, auch wenn wir es oft vergessen. Sondern dass die Wölfe oft auch eine Metapher darstellen im Film für die Iren. Das ist ein ganz großer, sensibler, historischer Streitpunkt. Oliver Cromwell, war er ein englischer Held oder war er mehr ein Massenmörder, der quasi einen Genozid indirekt durchgeführt hat in Irland? Das können wir hier jetzt nicht alles ausdiskutieren. Aber diese metaphorischen Subtöne von jemandem, der definitiv sagt, ich will alle Wölfe getötet haben und das ist die Wildnis, die unterjocht werden muss und wir sind die Zivilisation, da spiegelt natürlich genau den Konflikt Iren gegen Engländer wieder. Oder besser gesagt, Engländer gegen Iren. Das stimmt, ganz genau. Und halt die Art und Weise, wie der Lord Protector hier bebildert ist, er ist nicht unbedingt jetzt so dieser Mustache-Twirling-Schurke in irgendeiner Form. Man sieht, dass er das Beste für sein Volk will. Er geht halt bloß sehr radikal mit dem allen ins Gericht. Aber er ist jetzt nicht irgendwie ein Klischee-Bösewicht. Er ist jemand, der nicht auf dem richtigen Pfad ist, aber er denkt, er tut Gutes und er will Gutes tun. Und das ist die Art von Antagonist, die so einen Film wirklich braucht. Und wenn man die Story an sich so anguckt, dann kann man natürlich Parallelen ziehen zu anderen Filmen, die diese Art von Thematik schon behandelt haben. Man hatte definitiv einige Parallelen zu Pocahontas, obwohl ich finde, dieser Film hier handhabt, das ist ja viel besser. Und natürlich steckt hier auch eine große Portion von dem allgemeinen Plot von How to Train Your Dragon mit drin. Aber ich bin immer der Ansicht, es ist ganz egal, ob eine Story in irgendeiner Form vielleicht schon bekannt ist oder so ähnlich erzählt wurde. Ich finde, es ist halt sehr wichtig, dass die Story gut erzählt wird. Und hier ist der ähnliche Effekt wie bei How to Train Your Dragon. Man hat eben das Gefühl, die Macher erzählen diese Geschichte, als wäre es das allererste Mal. Und die haben so ein großartiges Vertrauen in diese Art von Plot, in diese Art von Story, dass man da einfach total mitgerissen wird. Frostkaktos, was meinst du zu den allgemeinen Punkten? Da muss ich euch leider etwas widersprechen. Also ich fand, dass es definitiv nicht der beste Film des Jahres ist. Und ich fange mal bei dem Lord Cromwell an, beziehungsweise bei dem Lord Protector. Also ich fand, mir ist das schon irgendwie negativ aufgestoßen, dass man sieht ihn und man sieht sofort, ah, okay, das ist der Böse. Weil der Böse halt eindeutig böse gezeichnet ist, im wahrsten Sinne des Wortes halt jetzt im Sinne von gezeichnet. Wobei ich da gleich mal den Grafikstil doben muss, den ich wirklich extrem schön fand. Oh. Der war, also der ist wirklich, also der könnte den Film zum Besten machen. Für mich hatte die Story echte Schwächen. So, ja, man kann sagen, es war halt in der damaligen Zeit angesiedelt, das Ganze. Aber dass einem dann immer nichts anderes einfällt, als irgendwie, oh, als Strafe muss das Mädchen in die Küche. Das langweilt mich inzwischen irgendwie. Also da denke ich mir, lasst euch endlich mal was Neues einfallen. Also ich fand, es waren zu viele, schon zu oft begangene Wege. Wobei man schon sagen kann, dass die einzelnen Charaktere, die waren wirklich spannend und auch gut dargestellt. Aber für mich hatte das Ganze auch von der Erzählweise her teilweise einiges an Längen irgendwie, wo ich dann auch ein bisschen da gesessen habe und gedacht habe, man hätte sich an bestimmten Stellen kürzer fassen können. Und dafür dann, also gegen Ende hat der Film für mich sehr gewonnen. Und da wurde er dann auch spannender und auch einfallsreicher, wo er dann halt diesen Klischeefaden weggegangen ist. Aber so die erste halbe Stunde habe ich irgendwie echt relativ ärgerlich da gesessen und war ziemlich genervt von dem Film. Ich verstehe, was du, ich verstehe, was du meinst. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass Tom Moore mit dieser Art von Plot arbeitet. Denn auch schon bei Das Geheimnis von Kells hast du die Situation mit religiösen Menschen innerhalb von einer Mauer. Und da draußen ist die wilde Natur. Aber in dem Fall werden sie halt von Wikingern bedroht. Und da ist so, also es gibt definitiv dann schon Parallelen. Und bei Song of the Sea ist es halt noch ein bisschen anders. Da ist es halt eine komplett andere Art von Plot. Es konzentriert sich sehr viel mehr auf halt Familie und Mystik und all das. Und was ich so toll finde, ich auch am Artstyle ist, dass die Stadt und die Bewohner selber sind durchaus halt etwas kantiger gehalten. Und es ist alles sehr, es wirkt alles halt sehr, sehr beschäftigt und sehr akribisch. Genau. Und es ist auch alles sehr, ach wie sagt man das, so ebenmäßig in einem gewissen Sinne. So alles so, man sieht im Prinzip fast schon so diese Raster, diese Zeichengitter, mit dem sie dann alles da in diese Norm zwängen. Und im Wald selber hat man halt viel mehr runde, verschlungene Formen, viel mehr Farben auch. Ähm, aber man hat halt definitiv bei dem, bei dem Volk von Kilkenny, da hat man dann halt eben auch die, ähm, so einige Leute, die sich noch an die alten Tage erinnern, die die Wolf Walker in Ehren halten. Man hat da die Figur von diesem Bauern, der da halt ein bisschen Exposition liefert, was sehr gut passt. Und eben auch die Tatsache, dass die Hauptfigur selber, Robin, dass sie auch eine Außenseiterin ist, dass sie aus England kommt, dass sie nicht eine von, äh, von dem Volk von Kilkenny selber ist und sich dementsprechend da ein bisschen fehl am Platz fühlt und ihrem Vater nacheifern will und so weiter. Und wenn sie dann letztendlich auf die, auf das Wolf Walker Mädchen trifft, dann, äh, finde ich, haben sie dort die wachsende Freundschaft, auch wenn es halt in dem Sinne innerhalb von kurzer Zeit passiert. Ich finde, sie haben das sehr schön ausgearbeitet und erzählen das visuell und mit der Musik sehr gut. Und ich war einfach, ach, ich bin einfach so voll des Lobes über diesen Film, weil ich verstehe, was du meinst mit den Plot-Sachen, die man schon so kennt aus anderen Filmen. Aber das hat mich in diesem Fall ja nicht wirklich unbedingt gestört, weil ich fand, dass es trotzdem gut erzählt war. Auch für mich war der Plot eine der großen Stärken des Films, insbesondere wie er bestimmte Vielschichtigkeiten entwickelt in der Interaktion der Figuren. Wie man sieht, dass der Vater zum Beispiel seine Tochter beschützen will vor Gefahren und sie dadurch aber persönlich erstickt und einschränkt. Und der Film findet auch tolle Symbole dafür, wie man einen Menschen zwar trotzdem in seiner Nähe haben kann, aber persönlich vollkommen verlieren kann. Und in gleicher Weise zeigt er auch, wie sich diese destruktive Form von Pädagogik dann auf seine Tochter auswirkt, die dann auch glaubt, ihre Freunde nur gewaltsam vor Übel beschützen zu können, ohne am Anfang zu erkennen, diese Erkenntnis muss dann erst Stückweise erarbeitet werden, dass das gerade der falsche Weg ist. Oder auch, dass man manchmal mit Gewalt gegen Unterdrückung kämpfen muss und dass es Dinge gibt, die eben höher und mehr wert sind als absolute Sicherheit, nämlich Freiheit und Entfaltung. Und dass auch die Kirche oder, ich sag mal, die christliche Religion hier ein eher negatives Bild hat, genau so ähnlich wie in Secret of Kells, ist ja absolut realistisch. Die Kirche ist eine repressive Institution. Es geht ja nicht gegen christliche, gegen Religion an sich. Die kann ja jeder frei ausüben. Es geht ja gerade gegen eine repräsentative Form von Religion, die sagt, wir sind die einzige Institution und alles andere muss ausgemerzt werden. Denn das ist ja auch gerade ganz entscheidend in dem Irland-England-Konflikt. Deswegen finde ich das überhaupt nicht klischeehaft, sondern es ist einfach die Wahrheit. Und das ist für mich auch eine große Stärke, dass der Film auch die Mittelalter- oder spätmittelalterliche Realität wesentlich herber darstellt, als viele Filme das so machen. Es ist nicht so eine kuschelige Romantisierung, sondern es ist dreckig, es stinkt, es ist laut, es ist nicht schön in einer mittelalterlichen oder spätmittelalterlichen Stadt. Ja, genau. Es ist wirklich toll, wie ein Film dieser Art, der speziell eben auch für Familien gedacht ist, also auch für Kinder jeden Alters gut guckbar, dass der dann eben auch kritisch mit solchen Sachen ins Gericht geht, weil man das heutzutage und allgemein auch nicht wirklich sieht in Filmen dieser Art. Und es ist eben schön, dass sie das hier einbringen. Womit ich dann eben auch mit zu dem Casting kommen möchte, denn wir konnten ihn auf Englisch gucken. Und mit Honor Niefsi als Robin haben wir jemanden, der schon vergleichsweise erfahren ist auch im Bereich. Aber Eva Whittaker als Mav oder Mav, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, wie man sie ausspricht, sie ist ein kompletter Newcomer. Das ist ihre allererste Rolle und ich fand sie absolut großartig hier, die vielen verschiedenen Emotionen, die sie rüberbringt, das sind einfach toll. Und dann haben wir selbstverständlich Simon McBurney als den Protector, welchen ich halt eben da auch sehr gelungen und charismatisch fand. Aber halt Sean Bean ist nochmal ein komplett anderes Level. Er ist von Anfang an, versteht man diese Figur und er ist auf seine Art liebenswert und trotzdem halt ernsthaft und einschüchternd. Er macht hier wirklich eine fantastische Performance, halt rundherum funktioniert wirklich das Voice-Casting ganz, ganz wunderbar. Eine schöne Sache ist auch, wenn ihr euch mal den Voice-Cast durchlest, nachdem ihr den Film geguckt habt, könnt ihr da auch eine tolle kleine Cameo, die ich jetzt nicht vorwegnehmen will, entdecken. Also ich kann dem nur beistimmen, was Laschet sagt, die Voice-Arbeit ist hier tadellos und passt zumindest im für mich so empfundenen, positiven Gesamtbild des Films wunderbar rein. Ja, genau. Ja, kann ich auch noch zustimmen. Also die Sprecher waren alle gesamt einfach toll. Also insofern, ich muss jetzt ja nicht wiederholen, was ihr schon gesagt habt, aber volle Zustimmung, was die Sprecher betrifft, ja. Und selbstverständlich halt mit einem Film von Tom Moore kommt dann, natürlich ist es jetzt inzwischen halt ein Given, kommen dann Bruno Collet und die Folkband Kila hinzu, die hier auch, wie ich finde, ganz, ganz fantastische Arbeit leisten mit der Musik, die gut zum Setting passt und mit den Songs. Und eben dann auch mit dem Aurora Storm Wolfwalkers, welcher eine Montage untermalt und welcher so grandios gepasst hat und was sich halt bis in die Endcredits vorzieht. Also ich finde eben auch auf der audiovisuellen Ebene, was die Musik alleine angeht, ist das so, so fantastisch gelungen hier. Es passt doch wunderbar auf dem Film. Also die Musik ist einfach wirklich wunderbar in dem Film. Also das kann man nicht anders beschreiben. Die war echt super. Das hatten wir von der Band und dem Komponisten ja auch schon bei Secret of Carols und Song of the Sea. Also in jeder Hinsicht eine tolle, auch wirklich runde und in sich stimmige Arbeit. Ja, ja, absolut. Den Score werde ich auch jeden auf definitiv noch besprechen innerhalb der nächsten Tage. Oder vielleicht ist die Kritik auch schon draußen, wenn ihr das hier hört. Und ansonsten, was man da noch mit hinzufügen kann oder sollte oder wie auch immer, ist halt, ich denke mal, der Film wird ab sechs freigegeben sein. So war es nämlich auch bei Secret of Carols, weil es hier definitiv halt, es gibt ja halt einige düstere Bilder und Konzepte von Tod und Gefangenschaft und wie auch immer. Aber halt, das ist halt nichts, was irgendwie kleine Kinder nicht sehen könnten. Und es ist halt, ich liebe einfach die Art und Weise, wie der Artstyle ist, wie man einfach merkt, alles ist gezeichnet hier. Wie halt wirklich absolut alles. Man hat wahrscheinlich keine Computerarbeit. Die Charakteranimation und das Design von den Figuren selbst funktioniert eben so toll, wie halt alles teilweise auch extrem stilisiert wird mit Schatten. Manchmal wirkt es dreidimensionaler als in anderen Momenten. Das Tempo selbst, die Bewegung. Also es ist einfach, man kann einfach überhaupt gar nicht aufhören, das zu loben, wie viel unfassbar kreative Arbeit hier drin steckt. Und wie absolut schön das gemacht ist mit den Farben, mit den Formen oder auch wie bestimmte Charaktere im Hintergrund dann sehr viel grober gezeichnet sind. Oder halt manche Hintergründe dann so verschwimmen in dann einfach nur so abstrakte Linien und dann im Vordergrund dafür ist es sehr detailliert. Also es ist, boah, ja, ich kann dazu einfach nur sagen, das ist mega. Ein schönes Element, gerade bei den etwas unheimlich für kleine Kinder vielleicht Wolfzeichnungen, ist, dass sie dadurch auch lernen, dass nicht alles, was erstmal gruselig oder bedrohlich aussieht, böse oder gefährlich ist. Denn die Wölfe haben insgesamt ein positives Bild, das sie leider in der damaligen Zeit nicht hatten. Wir Erwachsenen wissen ja, dass es nicht gut ausgegangen ist für die Wölfe in Irland, die seit, ich glaube etwa seit 1780 oder 1790 definitiv seit 1800 ausgestorben sind. Aber für Kinder ist das denn umso wichtiger, selbst wenn sie denn diese traurige Realität von ihren Eltern vielleicht im Nachhinein hören, wenn der Film dazu anschließt, darüber zu diskutieren, zu lernen, dass Natur schützenswert ist und letztlich das, was wir alle brauchen. Ja, ja, eben ganz genau. Ich meine, es ist definitiv auch keine neue Botschaft, aber es ist eine, die hier richtig schön rübergebracht und auch toll erzählt wird. Gibt es noch irgendwelche besonderen Anmerkungen, die ihr habt zu gewissen Elementen des Films, bevor wir dann zu einem Fazit kommen? Weil ansonsten wollen wir hier jetzt nicht auch bestimmte Story-Aspekte spoilern, die für mich dann auch teilweise eine Überraschung waren. Und wir wollen halt, wie gesagt, wirklich nichts vorsagen, weil wir wollen, dass Leute diesen Film tatsächlich sehen. Also hättet ihr da noch irgendwas? Nö. Nö. Ich hab alles gesagt. Na dann, dann ist es das tatsächlich damit. Dann würden wir zu einem Fazit kommen. Dann würde ich sagen, Frostkaktus, wie viele, was werden wir vergeben? Armbrust, Armbrustbolzen, wie wäre das? Wie viele, wie viele Armbrustbolzen von fünf möchtest du vergeben? Da würde ich 3,5 Bolzen vergeben. Ah, okay. Weil ich fand es halt schön, schön anzusehen und der Ton war gut, die Musik war schön, aber es war für mich halt irgendwie zu viele Längen in der ganzen Geschichte drin. Von daher von mir 3,5. Ich kann mir aber vorstellen, irgendwie so für Kinder, die halt noch gar nicht so viele Seherfahrungen haben, für die wäre es ja was ganz Neues. Und da könnte ich mir vorstellen, so ein Kind, was zum ersten Mal eine Geschichte dieser Art sieht, könnte es eine 4,5 auch sein. Ja, ja, sehr, sehr gutes Argument, genau. Ja, Mensch, danke, ist ja trotzdem positiv. Dann, wie ist es bei dir? Ich vergebe 5 Armbrustbolzen, das war für mich ein toller Film und ich gebe nicht oft 5 Punkte, aber der ist wirklich verdient hier in diesem Fall. Ich hatte, wie ihr gehört habt, nichts auszusetzen, sowohl erzählerisch als auch visuell, volle 5 Punkte. Vielen, vielen Dank, dem schließe ich mich an. Von mir kriegt er auch tatsächlich 5 von 5 Armbrustbolzen. Die volle kann ins Ziel treffen, aber ins Richtige und nicht irgendwelche Wölfe. Ich liebte diesen Film, ich habe 5 oder 6 Mal, hatte ich Tränen in den Augen, ich wurde emotional vollends mitgerissen. Ich war begeistert vom Voice-Cast, begeistert von der Musik, vom Look, die Art und Weise, wie diese, wenn auch bekannte Story erzählt wurde. Ich kann nichts anderes sagen, als das ist ein wundervoller Film, bisher tatsächlich mein Favorit 2020. Wir hatten nicht die größte Auswahl dieses Jahr, aber halt selbst unter anderen Umständen wäre dieser Film in meinen Favoriten gelandet. Ich kann ihn nicht genug empfehlen und ich bitte euch inständig, egal in welcher Form, guckt ihn euch an, seid begeistert. Natürlich halt auf legale Weise wäre gut, aber das ist ein Film, den man gesehen haben sollte. Ein grandioser Film auch für Herbstfans. Und ich bin hin und weg, ich bin begeistert, ich bin gerührt, bewegt und bin unfassbar froh und dankbar, dass ich den so früh gucken durfte. Dem Lob schließt man sich definitiv an. Man kann vielleicht noch ergänzen, falls ihr die älteren Filme von Cartoon Saloon nicht kennt, dann ist das natürlich auch eine schöne Erweiterung eures filmischen Horizonts. Absolut, die lohnt sich nämlich auch definitiv alle. Und man kann auch sehen, wie von Film zu Film die immer mutiger wurden und auch immer besser wurden visuell. Aber halt die anderen Sachen lohnen sich auch, die sind wirklich toll. Ich habe Rotz und Wasser geheult bei Song of the Sea. Also nehmt euch da in Acht, falls ihr da entsprechend am Wasser gebaut seid, weil ich war ein emotionales Wrack bei dem Finale von dem Ding. Und hier war ich halt auch nah dran, aber hier ist das Ende auf eine andere Art und Weise aufgebaut, wo ich dann halt einfach weinen musste vor Rührung. Aber ja, oh Gott, mir kommen jetzt schon wieder die Tränen, wenn ich nur darüber rede. Also würde ich sagen, schön, dass wir ihn alle tatsächlich mochten. Das ist toll, aber ich meine, man muss echt ein Herz aus Stein haben, wenn man diesem Film nichts abgewinnen kann. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für euren wunderschönen Input, auch für die kleine Geschichtsstunde. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören natürlich. Wir hatten großen Spaß bei der Besprechung. Ich bedanke mich abermals für die Kollaboration und hoffe, wir hören und sprechen und sehen und riechen uns das nächste Mal hier beim Tele-Stammtisch. Checkt die anderen Episoden aus. Wir haben viel zu bieten, sehr viel mehr als die Konkurrenz. Also verpasst keine Folge, schaltet ein jedes Mal. Damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wuhu. Ciao. Tschüss. Die wunderbare Mrs. Maisel mit einer Knarre in der Gangsterwelt. Wie passt das zusammen? Der neue Film I Am Your Woman startet am 11. Dezember auf Amunds Home Prime und zeigt uns in zwei Stunden mal die andere Seite von Rachel Brosanen. Hier ist der Mo, hier ist der Tele-Stammtisch und bei mir sind Niklas. Hallo. Hallo zusammen, freut mich. Und der Marco, und der Marco geht gleich rüber, sagt Hallo und macht eine fetzige Zusammenfassung. Ich weiß gar nicht, ob die so fetzig ist, aber ich kann es mal versuchen. Genau, du hast ja schon gesagt, die Rachel Brosnanen, ach Mensch, der Brosnanen. Brosnanen. Ja, Brosnanen. Eine Hausfrau, Jean heißt sie, lebt mit einem scheinbar oder ersten Mal auf dem ersten Anschein vielleicht nicht so kriminellen Typen zusammen. Es stellt sich aber im weiteren Verlauf heraus, ist ein krimineller ihr Ehemann und er verschwindet auch spurlos in einer Nacht und irgendwie plötzlich stürzt alles auf sie hinein. Sie muss mit einem Baby sozusagen verschwinden und ein alter Freund von ihrem Ehemann, dem Eddie, der Cal, passt jetzt sozusagen auf sie auf, erklärt ihr ein paar Sachen, aber lässt sie auch ein bisschen noch so im Ungewissen und dieser verschwindet dann auch spurlos. Dafür taucht dann aber seine Ehefrau auf, die Terry mit dem Vater von dem Kerl und dem gemeinsamen Kind sozusagen und Terry und die Jean machen sich auf die Suche nach ihren beiden Männern. Ja. Und tauchen dabei so ein bisschen in die Untergrundwelt ab. Genau. Ja, das war doch fetzig. Komm hier, mal Props für die Fetzigkeit. Okay, ja, vorweg, ich sag's gleich, hier, Foreshadowing ist nicht so mein Ding. Ich fand den nicht besonders spannend. Ich war von Anfang irgendwie so ein bisschen verloren an dieser ganzen Geschichte. Und wie ging euch das beiden? Also, ich muss sagen, ich hatte mir vorher weder eine Zusammenfassung noch irgendwie was überhaupt zu dem Film angeschaut. Also, ich bin komplett blind da reingegangen. Und nach der Eröffnungsszene dachte ich mir erst so, okay, wird das jetzt so was Psychomäßiges? Mit dem Kind dann die Situation. Ist aber ja eigentlich so ein klassisches Crime-Drama, würde ich mal so einordnen. Und ich persönlich fand ihn durchaus unterhaltend. Ich finde ihn gut gespielt. Er hat so seine Schwächen, ja. Aber angesichts der Tatsache, dass ich auch gar keine konkreten Erwartungen hatte, fand ich den atmosphärisch sehr dicht. Und was ich gut finde, oder was heißt, was ich gut finde, was vielleicht eine Abwechslung ist, die Geschichte an sich ist ja keine neue. Ja, ein kriminelles Ehepaar, irgendwas geht schief und plötzlich überschlagen sich Ereignisse. Nur hier wird es halt mal aus einer anderen Perspektive erzählt, würde ich mal behaupten. Also, die Jean, so wie wir sie im Film erleben, ist, glaube ich, eher eine Figur, die in vielen anderen Filmen, die diese Geschichte anders erzählen, eher eine Nebenfigur ist. Und das fand ich eigentlich ganz geschickt gestrickt. Ist ja auch, glaube ich, das Regie-Debüt von der Dame, die da auf dem Chefsitzel saß, Julia Hart. Und bin mal gespannt, was von der noch so kommt. So, das so als erster Spray, was meine Meinung angeht. Ja. Regie-Debüt ist, glaube ich, nicht ganz richtig. Sie hat ein paar kleinere Sachen schon gemacht. Ah, sorry. Aber sie hat sich hier diesmal prominente Hilfe geholt. Gut, der Drehbuchautor, der hier so ein bisschen Hand angelegt hat, der hat auch bei La La Land mitgeschrieben. Also, mehr Konträger geht ja gar nicht. La La Land versus hier Crime-Drama. Und ich finde auch, dass das Movie-Poster, was Amazon dazu veröffentlicht, also wo wir Rachel sehen mit dem Baby auf dem Arm, mit der Knarre in der Hand und I am your woman. Das macht schon was. Also, ich habe ja auch nur das gesehen und habe gedacht, das gucke ich mir an, das möchte ich gerne sehen. Habe auch keinen Trailer geguckt, mir gar nichts weiter angesehen. Ja, und dann hat der Film irgendwie angefangen und du hast es ja schon ziemlich gut zusammengefasst. Die Jean hatte so ein offensichtlich gutes, beschauliches, aber wahrscheinlich auch langweiliges Leben und zwei schnelle Aktionen hintereinander weg bringen dann ihr Leben komplett außer der Bahn. Zum einen, dass ihr Mann Eddie wohl doch ein schlimmerer Gangster ist, als sie dachte und seine Gangster-Kollegen hintergeht und deswegen dann verschwindet plötzlich. Aber ich finde es viel abgefuckter in der Szene davor, ihr Mann Eddie, und das ist jetzt hier kein Spoiler, weil ich habe im Nachgang einen Trailer gesehen, da sieht man das, er schenkt dir ein Baby. Ohne jede Erklärung und das, damit bin ich irgendwie nicht zurechtgekommen, die ganze Zeit nicht. Also, es wird nicht gesagt, woher es kommt, es wird nicht gesagt, was damit passiert. Wir sehen keine traurige Mutter irgendwo, die ein Baby vermisst, vielleicht hat er es ja auch wirklich gerettet oder man weiß es nicht, aber sie muss halt mit diesem eigentlich ihr fremden Baby auf die Reise gehen und erst gut so nach 40 Minuten kriegen wir so ein bisschen erzählt, dass das genau das war, was sie sich gewünscht hat. So, das heißt, also, Eddie hat ihr quasi einen Gefallen getan, damit sie immer schön ruhig bleibt wahrscheinlich in ihrer Position. Und dass er danach auf die Flucht gehen muss, das war ihm wohl alles nicht so klar, aber das Verschwinden von ihm, der taucht dann ja auch gar nicht mehr auf, der Kel taucht auf, dann starten sie diese Flucht, dann verschwindet der Kel und andere Leute treten in ihr Leben, wie du gesagt hast, schon in Form seiner Frau und so. Und die sind dann auch wieder weg und hin und her und zipp und zapp. Also, die Geschichte hatte mich zweimal, einmal so ungefähr nach 45 Minuten, da wurde es einmal spannend, als die ersten Bösewichte aufgetaucht sind. Ja. Und dann erst wieder bei eine Stunde 45. Und ich habe schon begriffen, jetzt im Nachgang, Entschuldigung, es geht hier nicht um die Spannung, die aufgebaut werden soll, aber ich habe nicht so ganz geschnallt, worum es geht. Und Niklas hat wahrscheinlich gerade was ganz Richtiges gesagt, dass hier eine Person, die normalerweise im Hintergrund ist, in den Vordergrund gerückt wird. Und was passiert, wenn eine Frau, die in den 70er Jahren ja auch eher auch noch rechtemäßig und auch von der Stärke her eher klein gehalten wurde oder sowas, wenn die plötzlich losgeht und ja was genau tut. Und ich sage mal so, ich hätte es, glaube ich, spannend gefunden, wenn sie mit dem Kel einfach zusammen so eine Art Roadtrip gemacht hätte und dann sozusagen immer wieder halt auf Widersacher gestoßen wäre. Und halt dann, man hat es ja auch einmal gemerkt, halt wie der Kel jetzt als schwarzer Amerikaner sozusagen ja auch halt diskriminiert wurde von der Polizei, ne, beziehungsweise halt offensichtlich irgendwie Rassismus ausgesetzt wurde. Und so, ich glaube, so wie du gesagt hast, auch sie jetzt ja als Frau, ihre Stellung in der Gesellschaft war jetzt ja auch nicht die, die sie heute hat. Ich glaube, das wäre vielleicht spannender gewesen und dann halt so wie Niklas sagt, so tatsächlich mal einen Blick auf diese Nebencharaktere zu werfen und so. Das hätte ich schon spannend gefunden. Aber so hast du ja auch schon gesagt, Mo, also nachher ab einer Dreiviertelstunde, da war bei mir auch die Luft raus. Da passierte nicht viel. Ich fand es dann auch ziemlich unnötig, alles dann teilweise in die Länge gezogen. Ja, und zum Ende wurde es halt wirklich nur nochmal ein bisschen nervenaufreibender so. Ich habe jetzt im Nachgang auch so ein bisschen nachgelesen und es ist tatsächlich so, dass mehr so ein Vordergrund gerückt wird, dass sie natürlich eine starke Frau ist, die nicht wusste, dass sie stark ist. Und das ist ganz interessant, online sind etliche Rezensionen zu lesen, die im Grundkern total falsch sind. Und da sieht man, dass die Leute den Film gar nicht gesehen haben, weil die nämlich alles schreiben, dass ihr Mann direkt umgebracht wird zum Teil und ganz viele schreiben ihr Baby. Und das ist nicht ihr Baby. Nee, ist nicht ihr Baby, nein. Und so neu ist das für mich auch nicht, dass eine Frau in die Tiefen der Gangsterwelt eintritt, um ihren Mann zu suchen und dass es dann zu Übergriffen kommt von anderen Bösewichten und sie irgendwie auch ein Stück Teil vom Ganzen wird. Ich bin darüber wirklich fast weggedöst. Ich finde, das Filmposter erweckt vielleicht auch einen etwas falschen Eindruck. Denn dieses Bild von ihr mit der Waffe in der Hand entspricht ja nicht dem, was dem Großteil des Films überpassiert. Und auch diese Souveränität, also dieses Bild vermittelt für mich, das ist so eine Killerbraut, die jetzt die ganzen Bösewichte wegpustet, die jetzt das Baby irgendwie haben wollen. Und das ist ja nicht in der Fall. Also eher im Gegenteil, das mit der Waffe kommt erst relativ spät und auch dann nicht mit dieser Kalbhütigkeit oder aus einer ganz anderen Situation heraus. Und das ist vielleicht bei der Vermarktung nicht so ganz glücklich. Inhaltlich, also man darf auf keinen Fall sowas wie Atomic Blonde erwarten, wo jetzt dann die Hauptfigur, in dem Fall Jean, plötzlich zur Killerbraut wird und das ganze Ding so regelt. Und farbig aber, also ich konnte mich an sich damit gut anfreunden, was ich eher ein bisschen schade fand. Und also was ich gut fand zum Beispiel, du hattest dieses Thema Roadtrip angesprochen, was ja jetzt nicht nochmal so eine Romanze mit Carl irgendwie aufkommt und sodass es in die Richtung geht, so ein bisschen kitschig 0815. Was ich ein bisschen schade fand, den Aufhänger mit dem Baby fand ich eigentlich interessant, aber das verliert sich ja im Teil des Films dann irgendwann. Also das ist ja jetzt nicht so, als ist da der ganz große Plottwist dafür, dass das in der Eingangsszene irgendwie so ganz mysteriös einfach erscheint. Da hat man, finde ich, so ein bisschen was liegen lassen einfach. Dafür, dass der Film bis zwei Stunden geht, wohlgemerkt. Ja, ja. Und ich sagte ja schon, ich hatte das erste Hoch so nach Minute 45 und das zweite Hoch eine Viertelstunde vor Schluss, wo sie halt quasi wirklich einmal sagt ja so, ich bin jetzt an einem Punkt, wo es mir langt. Und dazwischen ist halt einfach auch viel Dialog. Ich mag auch die Szene, wo sie wirklich versucht, auch den Carl ein bisschen näher kennenzulernen und er, wir aber im Grunde dann ihren Charakter ein bisschen näher kennenlernen und halt eben hören, dass ihr Leben zwar eine gewisse Sicherheit geboten hat und dass sie auch wirklich tatsächlich nicht so richtig wusste, was ihr Mann macht. Ähm, aber auch das Auftreten und Abtreten anderer Charaktere, die, also weißt du, wenn der Fokus auf einer Nebenperson liegt, die plötzlich mal ins Rampenlicht kommt und dann was tun muss, so wie das ja zum Teil so ein bisschen auch kolportiert wird, dann habe ich zu viele andere Nebenfiguren, denen das nicht vergönnt ist, beziehungsweise deren Intention ich nicht so richtig verstehe. Und dieses Hideout dann mit der Familie vom Carl, das, ich finde das irgendwie nicht besonders gut. Und, ähm, dieser Roadtrip-Charakter, wo ich auch dachte eine Zeit lang, da geht's jetzt noch los, also die fahren jetzt einfach stundenlang durch die Gegend und haben immer wieder, müssen Leute abschütteln oder sowas, das wäre zu einfach gewesen, hätte aber zwischendurch gerne ein bisschen Spannung dabei aufbauen können, ne? Ja, ich finde, das konnte der Film ja auch an einigen Stellen, also dann, wenn das erste Mal die Verfolger auftauchen in Persona, also ich finde, das waren starke Szenen, also das haben die auch gut inszeniert. Ähm, ich meine jetzt, ähm, ja, ich will jetzt nicht spoilern, ne, aber es kommt ja dann nach einer gewissen Zeit zum ersten Aufeinandertreffen und das fand ich auch vom Spannungsgrad her und auch vom Ausgang, so wie es dann die Szene gelöst haben, war nicht top, nicht 0815, sondern so kann man's machen. Und, ähm, tatsächlich, das Finale fand ich wiederum dann ein bisschen, ähm, over the top. Mhm. Also, ähm, alleine die Szene, ähm, also wie gesagt, wenn man dieses Finale als Kapitel mal betrachtet, würde ich sagen, da haben sie es vielleicht dann doch ein bisschen übertrieben, dafür, dass der Film eigentlich relativ geerdet und, äh, für manche langweilig, ne, für andere halt eher sehr bodenständig ist. Ähm, das fand ich dann auch nicht so klasse, da hat der Film für mich so ein paar Ecken und Kanten, aber insgesamt, äh, auf jeden Fall. Ja, doch, für mich war es eine positive Überraschung. Mhm. Ich hätte auch gerne, gerade zum Ende der, ich weiß gar nicht, Mike oder so, in dem Auto, der ja ihren Mann gesucht hat, der Eddie, äh, ich glaub, wenn man den vielleicht nochmal immer wieder in, äh, Gegenschnitten dann als Antagonisten hätte eingeführt, so richtig, glaub ich, hätte auch nochmal ein bisschen mehr Pfiff reingebracht, so, weil der Typ, der wirkte schon so leicht psychopathisch oder so. Also, ich fand das, halt die kurze Sequenz mit ihm fand ich halt eigentlich ganz cool. Aber ich glaube, das war so ein bisschen auch dieses Ding, da hätte man jetzt, dann hätte man nämlich gleich wieder argumentieren können, das ist zu leicht. Ja. Weißt du, da ist jetzt ein total durchgeknallter Typ, der, der ist baller, baller, der kriegt vier Minuten Screentime und dann ist der wieder weg. Ähm, und natürlich, man hätte genauso gut auch ihr irgendwie, ja, so fetzige Einzeiler geben können. Ja. Irgendwie, weißt du, so, ein Kerl hätte irgendwelche Sprüche gemacht, so, ja, äh, und das macht sie halt eben nicht, weil sie ist halt tatsächlich eine Frau auf, teilweise auf der Flucht und auf der Suche nach ihrem Mann und sie hat noch ein Baby dabei, dass es zu beschützen gilt. So, das ist im Grunde die Geschichte, so fängt's an, so hört's auf, mit zwei, drei Peaks in der Mitte. Ähm, ich hab tatsächlich offensichtlich was anderes erwartet, aber selbst, nee, ich hab eigentlich gar nichts erwartet, ich bin einfach nur nicht mitgenommen worden auf diese Reise. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Teil wirklich mit dem Baby, der ging mir nach sehr kurzer Zeit ziemlich auf den Keks, weil ich diese, diese, diese Verbindung nicht verstanden hab und, ähm, dass es immer wieder auch so ein bisschen auf Dramatik gemacht wurde, dass das Baby dann halt eben weint und der Kerl dann da so kurzzeitig so eine Art Vaterfigur, beziehungsweise Superfreund ist, der auch weiß, wie man ein Baby ruhig kriegt, weil die Frau das ganz klar und offensichtlich nicht weiß. Ich weiß nicht genau, ohne Auflösung weiß ich einfach nicht genau, warum das da drinnen war, alles andere hätt's ja auch getan, aber, ähm, ja, das ist ja, ist ja schön hier, wir haben ja hier relativ gemischte Meinungen und, ähm, Niklas konnte dem halt einfach ein bisschen mehr abgewinnen als, als wir und ich glaube, so ein Film, beziehungsweise darauf zielt er wahrscheinlich auch ab, ne, dass das, ähm, dass man sich drauf einlässt, den guckt und von der Machart her, äh, von den Bildern, von der eingesetzten Musik, das fand ich alles toll. Mir war der tatsächlich ein bisschen zu langsam und zu lang, aber qualitativ ist der sehr gut gemacht. Ja, finde ich auch, äh, den Soundtrack, den kann ich tatsächlich auch loben, den fand ich auch sehr gut und Niklas hat's ja auch schon ein paar, paar Mal gesagt, äh, hat halt zur Atmosphäre beigetragen, so, also die, das Ganze will ich dem auch nicht ankreiden. Ich bin da bei Mo und muss halt sagen, so, er war mir teilweise wirklich zu lang, ich bin auch, halt, als sie nachher, sag ich mal, das Settingwechsel hatten, äh, in diese Waldhütte da oder so oder Blockhaus da irgendwo im Nirgendwo, da hat der Film mich dann nachher verloren und halt erst auch spät wieder abgeholt, so. Also, also, da hätte ich auch, ich sag mal, ich saß, wenn ich, hätte ich gelegen, ich glaub, ich hätte die Augen zugemacht und, äh, hätte den Film nächsten Tag nochmal anfangen müssen, äh, ja. Ja. Genau. Ja, dann, ähm, schließ doch an der Stelle gerne mit deinem, mit deinen, äh, Punkten an. Ja, dann, äh, mach ich meine Punkte. Ich würde ihm wohlwollende zweieinhalb von fünf Schrot, nee, Revolver, was hat sie denn? Hat sie eine Schrotflinte gehabt? Nee, ne? Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Schade eigentlich. Ja. Revolver. Okay. Ja, zweieinhalb von fünf, genau. Äh, ja, ich mach mal meins und überlasse Nikas, der wohlwollender sein wird, als wir beide das, das letzte Wort an der Stelle. Ich, ich, ich gebe ihm zwei, ich werde den nie wieder sehen, ähm, weil er mich überhaupt nicht gepackt hat. Ich finde sie großartig in anderen Rollen, ähm, aber mehr als zwei Schrotflinten, schreiende Babys oder, äh, Cabins in the Wood kann ich ihr nicht vergeben. Mhm. Ich bin dann so eher bei dreieinhalb. Schreiende Babys, würde ich mal sagen, das passt für mich. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass der Film tatsächlich, ähm, Menschen, die eher langsames Kino mögen, vielleicht eher liegt, als Leuten, die einen kurzwelligen Action-Shooter möchten oder die vielleicht generell sagen, so 100 Minuten, 110 Minuten maximal mit genug Action, der ist ja vielleicht nicht so aufgehoben. Keine Frage. Aber, das von mir, dreieinhalb, hab ihn gern geguckt. Bin mal gespannt, was da noch so kommt von Julia Hart. Ja, schön, Jungs, dann machen wir es kurz und knapp. Hat mich gefreut, mit euch aufzunehmen. Wieder gern. Äh, für euch da draußen, Telestammtisch, immer schön dranbleiben. Nach uns kommt bestimmt noch eine Besprechung oder vor uns waren schon zwei, das kann ich immer nicht so genau sagen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, immer das ganze Bündel zu hören, denn wir besprechen ja wirklich alles neu, ja, auch ältere Sachen und haben immer, ihr merkt das ja, wir haben da viel Herzblut dran. Marco, vielen Dank. Gerne, Mo. Niklas, auch dir, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Also, danke, ciao. Tschüss. Ciao. Christmas Crossfire, der neue Film von Detlef Tarantino, jetzt auf Netflix. Pfff, das ist natürlich falsch. Der Typ heißt Detlef Buck und der Film heißt Wir können nicht anders, wobei der englische Titel tatsächlich Christmas Crossfire ist. Wir gehen der Sache näher auf den Grund. Bei mir ist der Mann, der seinen Namen von einem Killer übernommen hat. Bei mir ist's du. Hallo und ich danke dir für diese sehr energetische Anmoderation. Ich bin jetzt wach. Ja, nicht nur du, hoffe ich alle anderen auch, denn das Poster, das Netflix uns präsentiert zu Wir können nicht anders, ganz wichtig, wir können nicht anders, zeigt ja schon so die Richtung an. Blutroter Wald, eine Shotgun und ein Nerd mit einer Axt. Was ist da los? Ja, was da los ist. Dorf ist los. So geht das halt. Dorf ist los. Ja, also an alle Städter, guckt euch diesen Film an, da seht ihr mal, wie es im Dorf zugeht. Zumindest in der Vorstellung der Macher dieses Films. Ja, es geht um den Literaturprofessor, glaube ich, ist es Sam, gespielt von Kostja Ullmann, der in der Großstadt per Zufall Edda kennenlernt. Und die verlieben sich, haben eine sehr stürmische Nacht und Edda möchte gerne in ihre alte Heimat zu Weihnachten. Das ist ein kleines Dorf und genau dorthin fahren sie dann auch mit ihrem Campingbus und ja, kaum haben sie die Dorfgrenze überschritten, werden sie Zeuge, wie ein, ich möchte sagen, Gangsterboss, jemanden umbringen möchte und die beiden gehen dazwischen und setzen damit eine Kettenreaktion in Gang, die zu sehr viel Blut und vor allem Schnapsgetränke führt. Ja, Schnapsgetränke auf dem Dorf, ganz normal übrigens. Ganz normal. Weiß ja jeder. Weiß ja jeder. Wir haben alle einen Flachmann dabei und da ist immer ein leckerschen Körnchen drin, ne? So muss das sein. Also ich habe heute auch natürlich den Tag begonnen mit einem Doppelkorn, muss sein. Ja, Korn und Spreit, was willst du mehr? Genau. Ja, jetzt aber kommen wir mal zu dem IMDb-Titel Christmas Crossfire, weil so ganz abwegig ist das Ganze ja nicht. Das ist ja schon ein ziemliches Gehacksel und Geschnacksel und Detlef Tarantino ist auch nicht so abwegig. Hast du den Trailer gesehen? Ja, und er hat mich neugierig gemacht tatsächlich. Ja, aber ich finde auch schon, der ist so richtig aufs Fressbrett. Achtung, hier kriegt ihr einen Tarantino-Film, weil die benutzt ja sogar dieselbe Gitarrenfolge bei diesem Das fand ich schon ein bisschen arktig, ne? Es ist kein Film der leisen Töne und ich finde auch, dass Detlef Buck oder Detlef Tarantino wenig dafür tut, zu verschleiern, was er hier eigentlich macht. Ja, wobei, so ganz klar scheint mir das nicht zu sein, weil ich habe hinterher, also ich versuche immer vorher so wenig wie möglich zu gucken und auch nicht so viel anzulesen bei den meisten Filmen. Habe auch den Trailer jetzt erst hinterher gelesen und auch so ein, zwei Kritiken hinterher gelesen und da gibt es tatsächlich Kritiken im Internet, die sagen, das hier ist richtig deep shit, denn im Grunde zeigt uns Detlef Buck hier, was passiert mit denen, die wir zurücklassen. Und wenn das das ist, was mit denen passiert, Heidewitzka, dann haltet euch von Wäldern fern, die in Dörfern liegen. Aber dann habe ich jetzt schon mal ein Problem, weil warum lassen wir denn Leute in Dörfern zurück? Also es klingt ja so, als ob in Dörfern gibt es keinen Strom und kein fließend Wasser und kein Internet und so und so ist es ja wirklich nicht mehr. Ja, das ist halt, was bei mir das erste war, was mir in den Kopf gekommen ist, das ist vielleicht eine Fortsetzung oder irgendwie angepeilt an seinen Film von 1993, Wir können auch anders, wo es ja auch um die Wendethematik geht. Und da ja auch schon angerissen wird, die auf den Dörfern im Osten zum Beispiel bleiben zurück, da kommt erstmal kein Geld an und alle Leute entfliehen den kleinen Dörfern, wollen in die große Stadt, blink, blink und so. Und das hier ist quasi die konsequente Weiterführung davon, denn es bleiben halt immer welche zurück und wenn welche zurückbleiben, dann übernehmen irgendwie Leute das Ruder. Und das hier ist wohl die Geschichte des Worst Case, dass aus einem Haufen Leute, die bei der Freiwilligen Feuerwehr sind, irgendwie quasi das Gangsterhudel geworden ist. Ja, aber auch sehr rabiate Gangster. Also ich war wirklich überrascht, wie teilweise blutrot sich der Bildschirm färbt in diesem Film und das, obwohl Netflix selbst den Film empfiehlt ab zwölf Jahren. Ja, habe ich auch nicht verstanden, aber du, das ist eine andere Generation, was ich früher sehen durfte und nicht sehen durfte versus heute. Ich glaube, den Kids erzählst du da nichts mehr. Ja, das stimmt. Es ist tatsächlich so, hier wird richtig viel Blut vergossen. Es gibt die schrägen Charaktere, die ich bei Detlef Buck immer gut fand, die gibt es ja auch. Aber hier kündigt sich ein Aber an, ein dickes mit drei Punkten. Das ist mir einfach zu viel und die schrägen Charaktere, die tun hier nicht so ihre Pflicht. Also wenn ich wirklich, wirklich gut fand, ist Peter Kurt als Vater vom Gangsterboss, gespielt von Sascha Alexander Gersack. Der macht das auch gut. Die machen das alle gut, mehr oder weniger. Aber den fand ich wirklich gut. Dem habe ich das alles abgenommen, dass er quasi auf seinem Grundstück, da ist er sein Kapitän, der läuft dann ganz nach dem Bademantel rum und geht in eine Sauna mit einer alten Usi. Das habe ich dem abgenommen. Bei allen anderen, die Gewalt kommt ja irgendwie so ein bisschen plätschermäßig. Klar, die wollen den einen im Wald irgendwie Angst machen, aber ob sie ihn wirklich gekillt hätten, das weiß man nicht. Und es gibt ja diesen Punkt, wo er dann wirklich durchdreht und ihm der ganze Frust in ihm hochkommt. Das dauert eine ganze Weile und bis dahin plätschert, dass in einer Verfolgungsjagd, die eigentlich immer wieder an netten Charakteren vorbeistreift und halt eben auch ein bisschen absurd ist. Die obligatorische Dorfschönheit hat ja im Vorfeld schon für viel Gerede gesorgt. Und das habe ich nicht verstanden, weil die Frau mir fast komplett unbekannt ist. Sophia Tomala sagt mir nichts, ist wahrscheinlich normal, weil ich keinen Fernseher, sondern meine ganze Zeit dem Telestammtisch widme und immer nur Serien und Filme gucke. Und da hat es ja bisher nicht so richtig geglänzt. Kanntest du die Feuer? Bist du da richtig tief drin im Shit? Nicht so richtig. Ich habe sie zuvor gesehen in dem Netflix-Film Betonrausch. Und ich meine, als ich den besprochen habe mit unserem Chef Andy Grüße, hat der mir erzählt, dass die wohl längere Zeit in der Klatschpresse sehr aktiv war, nenne ich es mal. Weil sie wohl mal die Freundin war vom Sänger von Rammstein. Ach, Till und Sophia waren ein Ding. Ich weiß nicht, ob es noch ist oder ob es war, aber ja, da hat sie wohl die Klatschspalten ein bisschen gefüllt. Und halt eben, sie ist wohl die Tochter von irgendeinem Fußballmanager oder von der Frau eines Fuß... Ich weiß es nicht mehr, aber ich habe sie jetzt, wie gesagt, im Betonrausch schon mal gesehen und ich meine auch ein paar anderen Sachen. Und das kann ich sagen, so als Dorfschönheit, finde ich, passt sie schon perfekt. Ja, ja. Wie gesagt, schauspielerisch machen die meisten ihre Sache gut. Und ich bin jetzt nicht so ein... Ja, manchmal wirkte das, was der Kostja Ullmann und die Ali Neumann gemacht haben, so ein bisschen vom... Also die Dialoge waren jetzt nicht so richtig schmissig. Und was ich ganz charmant fand, ist gleich der Anfang, wenn Detlef Buck so aus dem Off erzählt, auf dem Dorf wird wenig geredet. Da passiert ja auch nichts. Aber wenn was passiert, dann reden alle davon. Und zwar so lange, bis du unter der Erde bist. Das fand ich, war ein super Einstieg. Auch gedreht ist der auch schön. Die Farben sind schön. Das Pacing ist gut, aber... Ich weiß nicht, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass ich ihn besser finden will, als er eigentlich ist. Ich muss auch sagen, ich hatte Lust auf den Film. Ich bin auch bei dir. Der Anfang ist großartig. Gerade wenn so, ich nenne es mal, diese Qualmschwaden sich so lichten. Und man hat so das Gefühl, okay, das ist irgendwie... Es wird was Schlimmes passieren hier gleich. Aber dieses ganze Absurde, Brutale, Übertriebene, teilweise auch Bizarre, irgendwann wird es so ein bisschen zur Gewohnheit, finde ich. Es nutzt sich einfach sehr schnell ab. Und dieses Mitten im Nirgendwo ist ja jetzt auch kein Szenario, das komplett neu ist. Und dass man dann da über Felder läuft, in alte, leerstehende Lagerhallen geht, haben wir auch schon oft gesehen. Geschichtenmäßig, hier gibt es ja im Grunde keine Geschichte. Der Gangster-Boss hat eine Frau und die finden alle scharf. Und einer ist halt beigegangen. Das ist im Grunde der Grund, warum das alles schief geht. Dann hast du einen Kopf, der seinen Job nicht so richtig ernst nimmt, weil er die ganze Zeit das Schlimmste, was der mal vielleicht machen muss, ist halt ein Parksünder aufschreiben oder ein Schaf von einer, von ein Todes Schaf irgendwie von einer Heide kratzen. Der hat halt auch keine Perspektive, weil er da, wo er ist, für immer wahrscheinlich sitzen bleibt. Dann kommen noch aus mir nicht erfindlichen Gründen ein paar Flüchtlinge, spielen eine kleine Rolle, die natürlich einen ganz wichtigen Satz sagen, wenn der, von dem ihr weglauft, ein Ausländer ist, dann kümmern wir uns. Und wenn er ein Deutscher ist, ist es euer Problem. Ja, auch die Andeutung, dass die alle ein bisschen rechtsextrem sind, weil die quasi gleich ausstaffiert sind. Und das finde ich, und da komme ich gleich zu einem Kritikpunkt, und zwar auf dem Poster trägt der Obergangster andere Klamotten als in echt. Und die anderen Klamotten verraten nämlich schon so ein bisschen mehr, das soll ja was Militärisches sein, mit diesen silbernen Knöpfen in dieser Jacke. Und das haben die anderen Vögel ja auch alle an. Da, finde ich, haben sie so einen Schritt zurück gemacht, da haben sie ein bisschen gekniffen. Okay. Finde ich. Weil, wenn das so schon unterschwellig die ganze Zeit rauskommt, wir sind hier quasi, wir haben das Sagen hier auf dem Dorf, weil alle anderen sind weggelaufen, und das wird ja permanent gesagt. Alle anderen machen Landflucht, und wir sind eben hier geblieben. Und wenn wir, dann machen wir auch unsere eigenen Regeln, und so läuft das Ganze. Das ist ja so ein bisschen im Hintergrund die Story dazu. Ja, es wird ja auch immer mit diesem Männlichkeitsbild auch gespielt. Es gibt ja diese eine Szene, wenn dann der Sam irgendwann so ein bisschen auch die Schnauze voll hat, und denen mal wirklich die Meinung geigt und sagt, was habt ihr mit eurem scheiß Männlichkeitsbild? Ne, das fand ich auch noch ganz amüsant. Aber es tut mir wirklich weh, ich wollte diesen Film wirklich total toll finden, oder ihn zumindest gut finden, aber ich saß halt gestern vor Netflix, hab mir das angeguckt, diese 105 Minuten, und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich den schrecklich fand, das nicht. Aber mehr als ein Schulterzucken hat er bei mir nicht evoziert. Ne, da bin ich komplett bei dir. Also, das sind ja alles irgendwie traurige Gestalten, und die sind zurückgelassen, haben keine Perspektiven, haben den Absprung verpasst, und machen sich ihre Welt eben so fiedel, fiedel, bumm, wie sie ihnen gefällt. Und da sind das natürlich auf dem Dorf dann, wenn einer irgendwie sagt, ich bin jetzt der Chef, dann laufen die anderen hinterher, alles gut. Gut, aber es ist auch die Geschichte mit dem Polizisten, wie gesagt, der dann übergriffig wird, das ist auch schon so ein bisschen sehr plakativ. Ja, also dieses fiktive Dorf, das es ja wahrscheinlich theoretisch überall gibt. Also, in jeder gottverlassenen Gegend gibt es so ein Dorf, und da gibt es auch einen, der irgendwie über die Stränge schlägt, wo die Leute dann auch sagen, naja, komm, ich schnapp mir meine Pulle Schnaps, und dann rede ich mit dem, und dann beruhigt er sich wieder. Ja, gut, klappt hier diesmal nicht so richtig, der hat halt eine Strotwaffe dabei und schießt ganz eifrig. Da weiß ich nicht so ganz genau, ist das wirklich die Message, die wir hier haben sollen. Was ich gut finde, ist, dass Book mal was anderes außer Bibi und Tina macht. Ja, das stimmt. Aber er kommt nicht an die Klasse von früher ran, das ist leider so. Ich sehe ihn gerne und ich höre ihn gerne, und ich finde auch sein Styling für diesen Bürgermeister, den er auf diesem Board spielt, ist 1A. Super, also Detlef Book's Rolle als Bürgermeister ist sensationell. Das hat mir wirklich Freude bereitet, wirklich. Also, seine Szenen, da hatte ich irgendwie Spaß mit, muss ich sagen. Und was ich auch gut finde, oder was ich denke, ist Folgendes. Auf Netflix werden den Film deutlich mehr Leute gucken, als sie es im Kino getan hätten, da bin ich mir sicher. Denn irgendwie, wenn man den Trailer sieht, dann weiß man, was einen erwartet. Und in diesen 106 Minuten ist das auch gut reingepackt. Das ist nicht langweilig, da sind keine Längen. Also, da muss man überhaupt nicht Angst haben, da passiert die ganze Zeit so viel, das ist halt eben, das ist der Teil, der das Ganze so ein bisschen nach Cohen und Tarantino riechen lässt. Auch der Umgang mit Messer und Pistolen und die Dialoge, die dann geführt wird, wenn der eine mit einem Messer durchbohrt wird und dann unterhält er sich mit dem Gangsterboss über die Keilerjagd, die sie mal hatten oder sowas, und dann lässt er ihn im Grunde zurück zum Sterben, so in der Art. Das ist alles, das haben wir alles schon zehnmal besser gesehen. Aber bei einem deutschen Film kann man das nochmal machen, weil man weiß halt, dass es viele Leute gibt, die vielleicht Tarantino gar nicht gucken und gar nicht verstehen. Und für die wäre das neu und für die wäre das dann auf Netflix zu Weihnachten jetzt auch erfrischend, weil der wird ja jetzt nicht umsonst da platziert, wo er ist, der spielt ja auch zur Weihnachtszeit. Das könnte also ein Weihnachtsfilm sein. Ja, ich muss auch sagen, dass der Book da auch ein paar richtig schöne Visuals raushaut, die ich einfach sehr schön fand. Und alleine diese Szenerie zum Schluss, ich will jetzt nicht spoilern, aber es gibt da so eine Szene in einer Kutsche, würde ich sagen, in so einem Schlitten. Sieht unglaublich gut aus. Aber auch so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, wenn sie in einem Raum sind, sich da verbarrikadieren und alles dunkel machen und im Fenster hängt dieser komische Lichtstern. Kennst du diese komische, total, ich finde die eigentlich ätzend, diese Sterne, die eben so drei Lichter immer leuchten, so in Intervallen. Auch ganz schön. Also optisch hinterher echt schön. Grinche, wie wir sind, finden wir das doof, aber super aufgefangen an der Stelle, ne? Wirklich. Vor allem, das sind auch so Kleinigkeiten, wo ich mir denke, ja, genau das kenne ich aus meinem Dorf auch. Also ich kenne es jetzt nicht, dass hier Leute mit Schrotwitten rumlaufen und Leute abballern, das nicht, aber so diese Typen und dieses ganze Dekor, das wirkte schon auf mich authentisch in einem gewissen Rahmen. Ja, das finde ich auch. Und ich finde auch wirklich, also von der Bildsprache her ist das toll aufgenommen. Was mir das Ganze so ein bisschen verhagelt, ist halt, will das Ding vielleicht zu viel. Wenn man jetzt sagen würde, ich lese halt eben überhaupt nicht das Ganze, was die Leute da rein interpretieren, das Zurückgelassensein, das Männlichkeitsbild, die Frau ist hier nur schönes Ballwerk etc. Wenn man das alles vergisst, dann ist das einfach ein schöner Anarchokrimi, der es richtig bluten lässt. Davon gibt es auf deutscher Seite noch nicht so richtig viele, glaube ich. Aber dafür wird mir dieses Unterschwellige quasi so nach außen zu sehr gepusht. Also wer sich einfach das heute Abend anmacht, der wird bestimmt seinen Spaß haben mit dem Ding, weil das ist jetzt nicht brüllend komisch, aber das hat schon satirische Spitzen, die man auffangen kann. Und auch natürlich Anleihen aus Filmen, die man wahrscheinlich gut findet. Ja, also wenn man will, wird man in diesem Film einiges rein interpretieren können. Problem war jetzt für mich, er hat sich für mich nicht richtig dargeboten. Also sich aber nicht angeboten. Ich weiß nicht, mich hat es nicht abgeholt. Ich habe keinen Grund gesehen, warum soll ich mich mit diesem Film näher beschäftigen. Dafür fand ich ihn dann irgendwie dann doch zu uninteressant. Ja, dann sag doch mal, du kennst ja das leidige Spiel mit dem Punktevergeben. Ja. Oder die Jagd nach, was nehmen wir statt Punkte. Ich würde sagen Blutspenden. Weil nötig hier, ne? Ja, es gibt halt eine Blutspende-Szene. Die finde ich gut. Die kann ich auch gut nachvollziehen. Mir ist nicht gut. Ja, wirklich. Ja, hau raus, komm, sag mal. Wie für Blut gibt es? Ich gebe zweieinhalb von fünf Litern Blut. Also wirklich so in der Mitte. Auf Blut gesehen ist das aber eine ganze Menge. Ich weiß, aber ja, also 2,5 und 5. Für mich halt so ein Schulterzug-Film. Er ist nicht schlecht, er ist aber auch nicht gut. Es ist ein Film, der hat seine Qualitäten, aber leider ist er mir insgesamt dann doch irgendwie nur egal. Ja, also mehr als zweieinhalb. Oh gut, das sind immerhin fünf Liter Blut. Ja, bitte. Kann ich auch nicht geben. Für einen richtigen Krimi fehlt es mir einfach an wirklich Spannung. Diese Hetzjagd macht schon Spaß. So ein bisschen durch diese dörfliche Gegend mit Pflastersteinen und so. Ja, wenn es eine Komödie sein soll oder eine Krimi-Komödie ist, gehen mir die Gags ab, weil die sind echt zu wenig. Und für richtig Dramafilm quasi, wir öffnen hier die Tür zu Das kann passieren, wenn, ist mir das zu abgehoben. Also zweieinhalb, gut gemeint. Es hat mich jetzt nicht gestört. Ich habe viel, viel schlechtere Filme dieses Jahr schon gesehen. Und ich bewerte den deutschen Film auch nicht anhand von, das ist ein deutscher Film. Viele Leute sagen ja immer, das finde ich immer ganz interessant, auch bei uns in der Tele-Stammtisch-Gruppe. Wenn man Leute anspricht auf deutsche Filme, kommt sofort, also bei den meisten sofort, ich gucke keine deutschen Filme oder ich gucke nur sehr selten deutsche Filme, weil wir können das ja nicht. Wir können nicht anders. Wir können nicht anders. Ich sage, wir können auch anders, wenn wir wollen und wenn wir uns Mühe geben. Der hier ist leider nicht so das Highlight. Da gucke ich mir die Älteren von Buck lieber an. Ja, oder aber im Alternativprogramm, wir nehmen einfach unsere Sturmgewehre und machen in unserem Dorf Jagd auf Städter. Du, bei mir verirrt sich keiner. Also, da kann ich hier lange mit einem Sturmgewehr rumlaufen. Außerdem ist es zwei Stunden so dunkel, da sieht kein Mensch, wenn ich hier was trage. Nicht, dass ich Sturmgewehre zu Hause hätte, denn, liebe Leute da draußen, wir vom Dorf haben keine Gewehre zu Hause. Nein. Also nicht alle. Die sind aber auch im Schützenverein, deswegen haben die Waffen. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ich bin auch nicht im Schützenverein. anrufen und fragen, ob ich mir was leihe. Aber der ist ja sehr pedantisch und auch richtig so. Gut, ich habe am Anfang total vergessen zu sagen, wer wir sind und warum wir das hier machen. Ach so, ja. Das hat sich den Leuten schon erschlossen. Ich glaube schon, dass sie jetzt wissen, dass du der Mo und ich der Stu bin und dass der Film seit 4. Dezember bei Netflix zu sehen ist. Ja, gut, dann haben wir alles gemacht, was wir machen konnten. Ich würde das an dieser Stelle langsam mit einer Schwarzblende ausblenden lassen. Ach so. Und wenn die Leute denken, es ist zu Ende, dann tanzen wir noch mal im Lichte von Weihnachtsbeleuchtung und trinken Korn. Ach nee, der Lieberstädter jagen. Okay. Ciao. An die Gewehre. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wertes Publikum, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, empfehlen Sie uns doch bitte weiter an Ihre Freunde, Bekannte und Verwandte, an jeden von denen Sie glauben, und unserer Podcast gehört genau um deren Ohren. Wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback, das Sie gerne verlassen können, auf den Social Media Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram oder auch bei uns im Blog unter tele-stammtisch.de. Da gibt es Kommentarfunktionen. Bitte nutzen Sie die Bitte und bewerten uns auch noch. Wir sind ein Podcast, der von seinen Bewertungen lebt. Gehen Sie auf Apple Podcast, auf podcast.de, auf Google Podcast oder eine der vielen weiteren Plattformen, auf denen man Podcasts bewerten kann. Und bewerten Sie uns. Das wäre total toll. Wir danken Ihnen vielmals. und wenn Sie noch ein bisschen Geld übrig haben, dann nutzen Sie doch die Gelegenheit, uns via PayPal eine kleine Spende zukommen zu lassen oder die Amazon Affiliate Links zu nutzen, die Sie in den Show Notes finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Applaus 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 Applaus